Ja, und ein spannendes Thema, was durchaus auch vielleicht sogar ein bisschen was mit dem Reisen zu tun hat. Denn wenn man lecker isst, wenn man gerne viel isst, dann sieht man das in der Regel hinterher auch. Und da wollen wir mal ein bisschen drüber reden, dass man es vielleicht hinterher nicht mehr sieht und auch nicht mehr hat. Nämlich vielleicht das ein oder andere Grämmchen, Kilogramm, zu viel, wenn man vielleicht nicht mehr ganz zufrieden ist. Die Gründerin von Weight Doctors, Brigitta Lahode, ist an meiner Seite. Und jetzt fragen sich so viele, was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, die Weight Doctors sind eine führende Gruppe von Privatkliniken und Zentren für minimalinvasive Behandlungen bei Patienten, die adipös sind und übergewichtig sind. Und wir haben da ein ganz tolles Konzept bei den Weight Doctors, das 360-Grad-Konzept für unsere Patienten, die Gewicht verlieren möchten. Und ich kann mir vorstellen, das geht jetzt wirklich dem ein oder anderen so, dass man denkt, oh ja, da fühle ich mich jetzt direkt mal angesprochen. Weil das kommt so schleichend, auf einmal ist es irgendwann da und dann weiß man gar nicht, was man machen soll, obwohl man den Wunsch hat, dass es endlich wieder weggeht. Und da gibt es praktisch zwei Methoden, Linien, Möglichkeiten dagegen auch was zu tun. Absolut. Es gibt zwei Methoden. Es gibt einmal die temporäre Magenverkleinerung. Das ist der Magenballon, ist es. Wir haben den Magenballon mit einer Tragedauer von vier bis zwölf Monaten, wird endoskopisch eingeführt durch den Mund, durch die Speiseröhre im Magen, verbleibt dann im Magen für diese Zeit und dient im Grunde genommen als Platzhalter im Magen, damit die Patienten halt eine schnellere Sättigung bekommen. Dann gibt es eine dauerhafte Methode ohne OP, ohne Schnitte und ohne Narben. Das ist das Weight Dr. Sleeve. Wie der Name schon sagt, das ist eine dauerhafte Methode. Damit können wir den Magen um bis zu 75 Prozent verkleinern. Und bei beiden Methoden ist es so, dass das Ganze ambulant durchgeführt wird. Die Patienten können an dem Tag auch nach Hause. Ach, super. Und woher weiß ich jetzt ganz persönlich, wenn ich betroffen bin, wenn ich mich dafür interessiere, wenn sich das jetzt für mich gut anhört? Ich will das unbedingt. Ich will wieder schlanker aussehen. Ich möchte wieder fitter aussehen und attraktiver natürlich auch. Woher weiß ich denn, welche von den beiden Methoden für mich ganz persönlich jetzt die sinnvolle ist? Ja, Patienten bekommen von uns eine ganz objektive und transparente Beratung, persönlich oder digital. Und da schauen wir, wie ist der Ist-Zustand von dem Patienten? Welche Medikation nimmt er? Welche Vorerkrankungen gibt es? Und dann schauen wir, wo möchte der Patient hin? Wo liegt sein Wohlfühlgewicht? Was möchte er abnehmen? Und dann erstellen wir ein Behandlungskonzept gemeinsam. Ah, super. Muss ich mich also selber, ich muss mich drum kümmern, damit ich mich drum kümmer, aber im Endeffekt, was das Sinnvolle ist. Das machen wir gemeinsam mit unseren Fachberatern und mit unseren Fachärzten. Perfekt. Und jetzt freue ich mich so ein bisschen direkt drauf, ja, auch natürlich auch auf das Ergebnis, was ich dann nach einer gewissen Zeit auch spüre und sehe. Womit kann ich ungefähr rechnen? Mit welchem Ergebnis, mit welchem Verlust oder mit welchen Ausblicken? Das ist ganz, ganz unterschiedlich ist es. Natürlich spielt die Motivation des Patienten auch immer eine große Rolle. Also es ist nicht die Methoden einfach durchzuführen, sondern der Patient muss sein Essverhalten, sein Bewegungsverhalten muss er umstellen. Und da helfen wir dem Patienten natürlich auch bei. Wir haben eine 24-7-Betreuung mit unserer Weight Doctors App, mit unseren 360-Grad-Coaches und da unterstützen wir auch sehr nachhaltig. Und jetzt nochmal so für uns in der Übersicht, also weil durchaus mal ein oder andere jetzt vielleicht erst vor zwei Minuten eingeschaltet hat, den Anfang gar nicht mitbekommen hat. Warum, was sind die wichtigsten Gründe, warum sollte ich das machen, warum sollte ich mich auch für die Weight Doctors entscheiden? Ja, also wir haben wirklich geprüfte Fachärzte haben wir. Das ist wirklich durchaus sehr, sehr wichtig. Wir haben eine sehr, sehr gute Patientenversorgung auf sehr hohem Komfort. Wir haben eine 24-7-Betreuung zusammen mit unseren 360-Grad-Coaches und unserer Weight Doctors App haben wir. Und wir haben eine 100-prozentige kostenfreie Beratung. Das Rundum-Sorglos-Paket kann man wirklich sagen, damit ich dann auch wirklich zu dem komme, was ich mir vorstelle. Und wir haben hier so ein bisschen auch tatsächlich nochmal im Hintergrund alles eingeblendet. Also dieses 24-7-Coaching, dann natürlich eben die App KI-Power, künstliche Intelligenz, die immer wichtiger wird, die das Ganze auch nochmal unterstützt. Deutschlandweite Behandlungszentren. Mittlerweile auch international tätig. Sehr gut. Und ja, man kann natürlich dann sich das Ganze auch nochmal, wir haben die Adresse eh die ganze Zeit eingeblendet. Hier unten kann man es sehen, aber weight-doctors.de, da am besten mal reinklicken. Das wäre jetzt der erste Weg am besten, um mit euch in Kontakt zu kommen, oder? Genau, entweder bei uns auf die Internetseite schauen, bei uns anrufen, Termin vereinbaren oder online direkt auch eine Terminvereinbarung tätigen. Wunderbar. Brigitta Lahoda, Gründerin von Weight Doctors. Vielen, vielen Dank. Das war super interessant. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, wir haben die Internetadresse eingeblendet. Klicken Sie unbedingt mal rein. Ich kann es Ihnen selber sagen. Ich hatte auch mal ein bisschen einen anderen Bauch noch vor einigen Monaten. Man fühlt sich so viel besser und attraktiver und schöner. Und das macht ganz, ganz viel Positives mit einem. Und wenn man da ein bisschen nachhelfen darf, dann gerne. Dann auf jeden Fall. Super. Vielen Dank. Danke, Brigitta. Und wir machen weiter bei uns hier im Programm bei Sonnenklar TV mit den allerbesten Reisen.